Am 9. November ist es endlich wieder soweit. Eine neue Ausgabe der Giovanni Zarella Show läuft live im ZDF. Der beliebte Entertainer begrüßt bei seinen Shows nicht nur Schlager-Stars, sondern auch Sängerinnen und Sänger aus dem Pop-Genre. Oft geht es dabei international zu. Zu Gast waren schon Gianna Nanini, James Blunt, Anastasia, Michael Bolton und Michael Bublé. Mit einer Ankündigung sorgt der Sender nun für Aufsehen. Es hat mit Taylor Swift zu tun. Wirft man einen Blick in die offizielle Pressemitteilung zur Giovanni Zarella Show am 9. November, stößt man auf folgende Meldung. Mit Geigenvirtuose David Garrett und dem kroatischen Cellisten Stjepan Hauser stehen zwei weltweit gefeierte Instrumentalisten gemeinsam auf der Bühne der Giovanni Zarella Show, die mit ihrer Version des Taylor Swift Hits Shake It Off ein Highlight setzen. Wow, so kommen also auch die Fans der erfolgreichen Sängerin auf ihre Kosten. Auf einen Live-Auftritt ihres Idols müssen die Swifties zwar verzichten, doch die angekündigte Version von Taylors Hit ist eine fantastische Nachricht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.